Musik Das ist immer wieder so ein schönes Leben, sich selbst als Schöpfer wahrzunehmen, als wirklich ein Hervorbringer von Charakteren. Man hat angefangen eigentlich 1981, 1982. Also jung sein, 21 sein, hungrig sein nach allem. Und so hat man sich kennengelernt. Er ist ein Superstar in Amerika. Seine Ikonografie ist ganz eigen und die Amerikaner finden das unheimlich spannend. Ach Mensch, bist du wieder gleich fertig mit beiden? Sieht doch gut aus. Du könntest ihr zum Beispiel Perlenohrigen machen. Die würden gut passen zu den runden Flügelklecksen. Neil ist probably maybe the most influential painter coming out of Europe right now. Neil Rauch ist 1960 in Leipzig geboren. Seine Eltern sind gestorben, als er ein ganz kleines Kind war. Und er ist dann bei den Großeltern im Harz aufgewachsen. Das sind Studienarbeiten meines Vaters. Und ich stehe vor diesen Blättern und finde sie einfach sehr stark. Es war ein sehr starkes Talent. Und aus ihm wäre sicher ein großartiger Maler geworden. Und wer weiß, was dann aus mir geworden wäre. Wer bin ich denn, wenn ich nicht male? Das geht doch auch nicht.